Sag mal Sag mal, wann hört das hier auf? Wäre es nicht besser zu leben, anstatt planlos zuzusehen, wie man uns unsere Zukunft raubt? Wir sind so viele Menschen, so viele Potenziale, so viele Macher, Kreative und Geniale, so viele Träume. Wir machen uns bereit, denn es kommt die Zeit, Zeit, dass wir wieder selber...